Ein weiterer Aspekt bei der Kraft-Wärme-Kopplung ist die Verknüpfung der Kraft-Wärme-Kopplung mit der Kälteerzeugung, da die Abwärme des Blockheizkraftwerks genutzt werden kann, um Kältemaschinen anzutreiben und Kälte für die Kühlnutzung zu erzeugen. Hier in diesem Flussdiagramm ist dargestellt, man hat das Blockheizkraftwerk als zentrale Einheit, das wird über Erdgas versorgt, erzeugt auf der einen Seite Strom für den Stromverbrauch, erzeugt Abwärme, die Wärme wird genutzt, zusätzlich gibt es immer noch einen Heizkessel, der die Spitzen- und Mittellast abdeckt, das Blockheizkraftwerk nur die Grundlastversorgung übernimmt und dann kann die Abwärme des Blockheizkraftwerks in entsprechenden Kältemaschinen genutzt werden, um damit die Kältemaschine anzutreiben. Die Kältemaschine erzeugt Kälte für die Kühlung, sei es für eine Raumkühlung oder für tiefere Temperaturen, sodass das Blockheizkraftwerk einen weiteren Nutzungspfad hat, um aus der Abwärme Kälte zu erzeugen und neben dem Nutzstrom auch Nutzkälte zu generieren. Wie sieht das Konzept der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung aus? Das heißt also der Nutzung der Abwärme zur Bereitstellung von Kälte. Wir haben auf der linken Seite wieder das Blockheizkraftwerk mit dem Brennstoff, mit der Zuluft, die in der Brennkammer verbrannt wird, es entsteht heißes Abgas, eine Turbine wird angetrieben und der Generator erzeugt Strom. Das heiße Abgas wird über einen Wärmetauscher geführt und gibt die Wärme an ein Trägermedium ab. Nun kann diese Wärme in einer Sorptionskältemaschine dazu genutzt werden, zusammen mit Strom zum Antrieb von Pumpen, um aus der Wärme Kälte zu machen. Das heißt also Trennung von dem Kältemittel und dem Lösungsmittel thermodynamisch, sodass dann daraus in einem Kälteprozess Kälte entsteht. Das heißt man kann diese niedrigen Temperaturen zur Kühlung nutzen. Typischerweise ist es möglich, technisch bis zu minus 40 Grad an Temperaturen zu erzeugen. Und die Kälteleistung bei solchen Kraftwärme-Kälte-Kopplungsmaschinen kann bis zu 2 Megawatt thermischer, das heißt Kälteleistung betragen, die dann genutzt werden kann, um diese Kälte für unterschiedliche Zwecke in Kühlhäusern zum Beispiel zu nutzen. Auch hier natürlich der Vorteil des Bockheizkraftwerks Grundlastversorgung zu übernehmen. Das heißt also konstante Kältemengen bereitzustellen, die dann technisch in unterschiedlichen Anwendungen genutzt werden können. Man unterscheidet bei Kältemaschinen auf der einen Seite Kompressionskältemaschinen und Absorptionskältemaschinen. Bei den Kompressionskältemaschinen lässt sich der Wirkungsgrad, also die Leistungszahl als zentraler Parameter ermitteln aus dem Verhältnis der Kälteleistung, die abgegeben wird, bezogen auf die elektrische Leistung, die zugeführt werden muss, um die Kompressionskältemaschine anzutreiben. Für Blockheizkraftwerke im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung sind Absorptionskältemaschinen von Relevanz. Das Wärmeverhältnis CETA ist definiert als das Verhältnis der Kälteleistung, die abgegeben wird von der Absorptionskältemaschine, bezogen auf die Wärmezufuhr, die vom Blockheizkraftwerk bereitgestellt wird. Auch hier ist ähnlich wie bei der Kompressionskältemaschine das Ziel, ein möglichst großes Wärmeverhältnis zu bekommen, um eine möglichst effiziente Nutzung der Abwärme aus dem Blockheizkraftwerk zu haben, um es über die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung in Kühlenergie oder Kälteleistung umzuwandeln.